Und grad noch mal guten Tag! Ähm... Hier gibt's zwei. Wie ihr sehen könnt. Ich werde schon wieder schlechter. Aber wisst ihr, was mir gerade mal am Arsch vorbeigeht? Genau das. Und wenn ihr das nicht sehen wollt, müsst ihr es auch nicht. Aber wenn ihr euch an meinem Leid erfreut, könnt ihr das auch gerne weitergucken. Ah... Ah, ich sitze schon wieder umgekehrt. Naja, jetzt muss ich erst was denken, bevor hier irgendetwas losgeht. Ich glaub, dann hab ich mittlerweile mehr Black Ops 2 Folgen auf dem PC als Minecraft. Und da haben wir, glaub ich, gerade 22 Stunden... Äh, 22 Stunden. Jo, 22 Folgen am Stück aufgenommen. Was ist das für ne motivierende Musik? Ähm... 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 Also, das Au war jetzt im Sinne von... Gott, bin ich schlecht. Also, dieser Styles. Ich will ja nix gegen den sagen. Aber der geht mir ja schon richtig auf den Sack. Ich hab's noch gewusst. Ich hab es gewusst, dass da einer kommt. Mann, ey. Noch einer? Nee. Nicht gut. Der geht mir so richtig auf den Sack. Oh. Wie schlimm. Ich hab da mal den Styles gekillt. Ich weiß, ich werde gleich von hinten aufgenommen werden. Ich kann's mir schon fast denken. Okay, ich kann mich ja ganz schnell bewegen. Fuck! Ach, die sind doch alle scheiße. Wir verlieren diesen Kampf. Hopp, Predator! Ich hab's da oben, meine. Kommt da oben, meine. Ich hab's da oben, meine. Ich hab's da oben, meine. Okay. Ich hab's da oben, meine. Okay, die Sauer hab ich da oben immer noch. Nein! Ja, okay, da oben. Ja, ja, gut, da komm ich ja nicht hin. Feindliche Drohne nähert sich. Ach, nö. Ach, du Scheiße, das war knapp. Alter Vater. Fernlinkladung unterwegs. Achtung, feindliche Hunterkiller Drohne unterwegs. Ich hab mich jetzt nicht gewundert, wenn ich den nicht gekriegt hätte. Ja, wahrscheinlich hätte das auch. Ach, die sind doch doof. Ach, ja, natürlich. Wer soll denn auch sonst von hinten kommen, außer dieser Styles? Mann, ey. Feindliche Vorräte unterwegs. Komm her. Mein Freund. Rappel dich wieder auf! Ich bin Drohne näherzig. Da fuhr. Fuck! Mann, ey! Sackfalten! Sackfalten! Lade nach! Mein Gott! Achtung! Feindlicher Blitzschlag störst du! ich bin so schlecht im snappin, ich weiß, das müsst ihr noch nicht sagen äh, Entschuldigung, natürlich dieser Style, das wäre denn sonst dieses kleine Sackrate ja, 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 ich weiß, ich bin schlecht, ich muss sagen, ich schuld mich auf andere Schieben und so weiter weiß ich doch alles, weiß ich doch alles, aber es macht so viel Spaß, das zu machen oh ja, das, oh nein was habe ich denn da noch, Hündlerer halt, das ist aber schön, halt, das will ich doch gar nicht wie sehr merkt er das Ding will ich aber rum muss auch Abstriche ziehen können so dann sind, gefällt mir die Klasse naja, ok dann nochmal, vielen Dank fürs Zuschauen bis deine